Wir müssen jetzt hier 10 Hühner, ne 7 Hühner in 10 Sekunden erledigen. Wir sind direkt hier, ihr seht es schon, hier sind schon ein paar Hühner. Wir gehen hier einfach mal durch und wir haben hier hinten in der Ecke 2, 4, 6, 7 Hühner. Wenn ihr es nicht schaffen solltet und die Trophäe nicht kommen solltet, macht ihr einfach Kontrollpunkt, Neuladen und ihr seid wieder ein Stückchen weiter und ein Stück weiter vor und geht danach einfach wieder hin. Ihr müsst bloß aufpassen, dass ihr nicht gleich hier bei dem Schießen hier die Hühner erledigt, weil jetzt hier könnten wir hier die Hühner treffen. Ja, ich guck doch mal, dass wir mal aufgehen. Geht eigentlich relativ einfach, wenn nicht könnt ihr auch von hier einfach mal so drauf schießen, den ganzen Magazin drauf ballern und somit habt ihr die Trophäe dann auch bis hin müssen.